die leute herzlich willkommen zu meinem nächsten deutschen video und zwar heute werde ich jetzt mal wieder ein bisschen was über meine base sagen und wie es so läuft mit dem drop nach unten wieder mit pokal und ja also gerade eben war ich weg und ich habe keine ahnung warum gewinne ich einfach so mal meine erste verteidigung und danach halt die zweite ist nicht ganz so gut ausgefallen und ja wie ihr sehen könnt jetzt mein freund ja nicht wirklich super so fangen wir hier einfach mal an und zwar ich glaube der hat mit go white man gegriffen und ich hatte magier in meiner klanburg problem bei magiern sind oder ist dass man sie nicht direkt mit einem blitz zauber töten kann und sie machen ja so einen flächendeckenden schaden heißt sie wird nicht nur an die truppe an die truppe sondern mehrere dazu haben die noch riesigen schaden und die können doch schon mal an angriff versauen also es ist auch hierbei 280k also 280k wie ihr es nennen wollt ist mir jetzt egal was dem gewesen wenn man einmal nicht aufpasst und dann magier aus der klamotten rauskommen und die können die echten kompletten ähm der angriff versauen so dann hier der zweite angriff von david nico ähm deutscher zwei sternen muss dann natürlich sein ich musste ab und zu noch ein paar schlechtere accounts und werde ich dann die leute mit dem account findet dann bin ich dann nicht zu überlegt zwei bis drei sterne zu holen und ja also gerade jetzt wo ich gedroppt habe haben vielleicht auch ein zwei quantos webmember gefunden die haben dann nur ein sternen gemacht und weicher kratz oder so unter die habe ich ihnen halt durch rache eben halt ein schild gegeben und dann pokale zum beispiel bei haxen der ist auf 3000 oder 4300 genau haben ein schild gegeben über sechs pokale danach habe ich ihn angegriffen und ja eben dann 14 pokale glaube ich geschenkt und ja gerade weil das jetzt ein deutscher spieler ist ähm hätte ich mir vorstellen können aber gerade wenn er in zwei sternen nimmt dann ist mir relativ egal und wie ihr eventuell schon wisst ich wohne in baden württemberg nähe stuttgart und ich habe jetzt endlich sommerferien sechs wohnen sechs wochen lang heißt videos werden öfters kommen ähm ja außer jetzt vom dritten sechsten bis neunten ne dritten achten bis neunten achten genau ähm bin ich nur oben da kann ich leider sechs tage lang keine videos hochladen ich hätte mein bestes geben schon was vor produzieren und ist dann auch so mitten rein mal veröffentlichen genau das hier war jetzt eigentlich nicht wirklich ein schlechter angriff schade da das für mich keine ähm 90 prozent waren also dass ich kein 16 schon ein schönes schild bekommen habe und ja aber minus 13 im durchschnitt ich finde es passt noch ganz gut und ja so haben wenn ihr bock habt dann abonniert auf jeden fall noch um zwei channels von einem freund und der eine ist ich weiß gar nicht woher kommt ich glaube aus schweden oder in norwegen irgendwie da hier der m da heißt edward um max bass er und sein channel heißt klatsch und wird er dort kommen warte ich heiße und kurz die rein wenn ihr um eben den link um öffnet dann werde ich automatisch zu seinem channel weitergeleitet er hat auch gerade 13 plus gemacht nicht schlecht er ist kamelius um augen guter freund und ja so und ein zweiter channel ist noch möser coc der ist bei war imperium stopp auf 3500 nicht ganz so schlecht dabei und wo haben wir denn stimmt dass er wieder am jumpen so wenn ihr den kennt auf jeden fall hier oben seht ihr ja schon war imperium und ja also checkt einfach mal die zwei channel aus ich hoffe das video hat euch ein bisschen gefallen und auf jeden fall die nächsten wochen werden auf jeden fall deutlich mehr videos kommen jetzt der ganze scheiß schulstraße ist vorbei zeugnis war ganz gut oder war in ordnung sagen wir es so ich hab's mir besser auf meine eltern fand es gut und ja bis dann bis dann